Einen wundervollen guten Tag wünscht euch und willkommen zurück zu Assembler. Heute geht es um Prozeduren. Prozeduren funktionieren ähnlich wie der Stack, beziehungsweise sie benutzen den Stack. Sie erweitern ihn sozusagen um einen kleinen Bereich. So, wir wollen uns das Ganze mal kurz angucken, wie das im Code aussieht, im Assembler-Code tatsächlich drin. Und zwar haben wir hier erstmal die Main-Prozedur, sozusagen. Also quasi einfach diese Dinger mit Doppelpunkt vorne dran. Die werden im Normalfall einfach ignoriert und geben einfach an, wo sozusagen ein Bereich des Codes anfängt, okay? Aber im Endeffekt ist der Code einfach von oben nach unten durchbearbeitet. Das heißt, was wir machen ist, wir fangen hier oben an mit den drei Doppelpunkten und machen, was auch immer da drin steht. Also wir moveen irgendwas, wir pushen irgendwas auf den Stack, wir tun, was wir wollen, sozusagen. Ganz normaler Assembler-Code. Dann kommt Call. Und dieses Call führt dazu, dass irgendwas hier passiert. Und zwar wollen wir zu MyProc springen. Das ist hier unten der Bereich. Das heißt, wir wollen dann nach diesem Code hier ausführen. Dann steht hier Red. Und nach Red wollen wir quasi wieder hier hochspringen und Implicit ausführen. Das heißt, alles, was hier in diesen drei Punkten steht, okay? So, soweit das, was wir wollen. Jetzt, wie sieht das auf dem Stack aus? Naja, wir kennen ja schon den ESP, den Stack-Pointer. Der zeigt man wieder auf den ganz unteren Bereich. Nichts Neues für uns. Wir kennen aber noch nicht den IP oder den EIP, den Instruction-Pointer. Okay? Und der zeigt sozusagen auf den Bereich im Speicher, wo tatsächlich jetzt die Instructions drinstehen. Das heißt, die Befehle liegen auch in unserem Speicher drin. Logischerweise. Irgendwo müssen sie ja liegen, damit wir wissen, was wir ausführen. Also, was machen wir? Naja, der EIP gibt an, was wir hier gerade am Machen sind. Und das ist eine ziemlich coole Strategie. Es ist sogar derselbe Speicherbereich wie der für den Stack. Und einen kleinen Unterschied gibt es. Der Stack wächst nach oben, während der Instruction-Pointer, der wächst nach, oder der geht nach unten. Okay? Das heißt, die nähern sich immer weiter an. Wenn der Stack irgendwann mal übermäßig riesig wird, sozusagen, dann könnte es passieren, dass wir in den Instruction-Pointer reinschreiben. Rein theoretisch jetzt gesehen. Dagegen gibt es Schutzmechanismen all must, sozusagen. Das wird nicht passieren. Aber es wäre rein technisch gesehen möglich. Und der Instruction-Pointer, der geht immer weiter nach unten und kann dann im schlimmsten Fall sogar in den Stack übergehen. Das heißt, irgendwann mal lesen wir halt einfach hier Sachen vom Stack, die uns sozusagen als Instruction vorgegockelt werden. Passiert aber in der Regel auch nicht. Das kennt man dann unter anderen Begriffen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Okay? Das heißt, was jetzt hier erstmal passiert ist, wir haben den Instruction-Pointer und der zeigt hier oben auf die oberste Anweisung. Das heißt, die wird ausgeführt. Dann die nächste und so weiter und so fort. Und dabei geht der Instruction-Pointer immer eins nach unten. Und irgendwann erreichen wir mal den CallMyBrog. Das ist natürlich auch Teil vom Code. Hier oben können einfach mehrere Anweisungen stehen, deswegen die drei Punkte. Und jetzt steht hier CallMyBrog. So, das heißt, wir wollen jetzt rein technisch gesehen hier unten weitermachen. Also bei diesen drei Punkten hier. Das wären diese drei Punkte hier. Okay? Das ist eine Adresse und MyBrog ist im Endeffekt genau das. Eine Adresse, die sozusagen anzeigt, wo wir reinspringen sollen. Das heißt, wir wollen bei diesen drei Punkten reinspringen und hier weiter Code ausführen. Und genau das passiert eben. Wir müssen uns allerdings vorher mal eine Sache noch merken und zwar, wo wir gerade sind. Das heißt, wir schreiben implicit auf unseren Stack drauf, wobei wir eigentlich nicht unbedingt implicit drauf schreiben, sondern wir schreiben einfach die Adresse des Instruction-Pointers plus eins drauf. Das heißt, wir landen im Endeffekt eins weiter als da, wo der Instruction-Pointer gerade ist. Das schreiben wir auf den Stack drauf, damit wir nachher wissen, wo wir wieder weitermachen müssen, wenn die Prozedur, also MyBrog, fertig ist. Damit wir da wissen, wo wir wieder Code ausführen können. Und der Instruction-Pointer, der verschiebt sich dann einfach mal runter nach MyBrog. MyBrog, weil MyBrog ist ja eine Adresse von Code sozusagen. Und da steht dann eben drin, was als nächstes gemacht wird. Irgendwelche Move-Befehle, irgendwas wird addiert, irgendwas wird multipliziert und so weiter und so fort. Das wird hier drin dann gemacht. Und irgendwann, wenn wir damit fertig sind, landen wir bei dem Red. So, Red bedeutet, eine Prozedur ist fertig. Das bedeutet, wir wollen wieder da weitermachen, wo wir davor aufgehört haben. Sprich, wir wollen von diesem Red dahin springen, wo implicit weitergeht. Und implicit haben wir ja auf unserem Stack gespeichert. Das heißt, wir sind hier bei dem Ding, wo der ESP gerade anzeigt. Das heißt, wir haben hier, ah, okay, wir wollen in implicit weitermachen. Also, wir poppen den Wert hier von unserem Stack. Das passiert alles implizit, das müsst ihr nicht selber schreiben. Aber wir poppen den, schreiben den in irgendein Register und unser Instruction-Pointer weiß, wo es weitergeht. Der Instruction-Pointer ist im Endeffekt ein Register und da schreiben wir es auch im Endeffekt eigentlich rein. Also, keine große Magie. Der Stack-Pointer muss sogar noch ein kleines Stückchen mehr nach unten. Und unser Instruction-Pointer geht wieder nach oben und führt dann den Code aus, der da ist. So, und jetzt ist wichtig, dass wir hier auch irgendwann aus unserem Programm wieder rausspringen. Denn ansonsten kann es passieren, dass wir hier ohne, dass wir es wollen, MyProc aufrufen. Und dann eben das Red aufrufen. Das Red würde irgendwas vom Stack-Pointer fressen, aber auf dem Stack-Pointer steht leider nichts. Das heißt, hier würde irgendein Fehler passieren, weil wir können hier halt nicht wieder zu implicit hochspringen, weil wir nicht genug Sachen auf dem Stack haben. Okay? Das heißt, immer schön dafür schauen, dass euer Programm sorgsam terminiert wird. Also, ohne dass der Instruction-Pointer plötzlich irgendwelche Purzelbäume macht. Ähm, ja, das ist wichtig. Gut, und so funktionieren im Endeffekt diese ganzen Prozeduren. Und ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir uns nochmal ein bisschen Code an, der dann eben auch laufen würde. Aber der ein bisschen einfacher ist, als das, was wir selbst kompiliert hatten. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.